Die Dezember-Ausgabe, herzlich willkommen dazu, liebe Zuschauer. Der Kampf um die Köpfe ist heute unser Thema hier in der Düsseldorfer Wirtschaft. Und dazu darf ich Nicolette Unkow von der Firma Wiesmann, die Personalisten bei uns, ganz recht herzlich begrüßen. Frau Unkow, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, kurz und knapp, die Firma Wiesmann, dass Sie uns die Firma einmal vorstellen. Sie arbeiten mit dem sogenannten Personalistenprinzip. Was verbirgt sich dahinter? Was ist das? Das Personalistenprinzip beschreibt uns als Dienstleister, als den wir uns auch wirklich verstehen. Wir vermitteln Fach- und Führungskräfte im kompletten Bundesgebiet. Wir bieten aber auch die qualifizierte Arbeitnehmerüberlassung im mittel- und langfristigen Bereich an. Unsere Berater sind Branchenspezialisten und können so mit spezifischem Know-how aufwarten und auch mit einem guten Netzwerk. Dabei bleiben wir vielseitig und flexibel, ohne unsere Verbindlichkeit zu verlieren. Ich denke, das ist unser Mehrwert. Okay. Kommen wir zum Kampf um die Köpfe. Ich habe es eingangs gesagt. Das wird ja in Düsseldorf zweifelsohne immer wichtiger. Bei vielen Unternehmen ist der Fachkräftemangel ja in der Tat schon bereits angekommen. Was sind denn in dem Zusammenhang so die größten Herausforderungen, die auf die Betriebe dazukommen? Die Herausforderungen sind in der Tat dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, aber auch gleichzeitig dem demografischen Wandel, in dem sich viele Firmen bewegen. Das bedeutet, Unternehmen, aber auch Bewerber suchen einfach den richtigen Partner. Unternehmen bedienen sich hier nicht mehr nur Interviewtechniken, Erfahrungen und anderen Tools, sondern suchen auch eine Bestätigung ihrer Wahrnehmung, wie zum Beispiel über die Eignungsdiagnostik, Verhaltens- und Kompetenzanalysen. Das bietet auch Wiesmann an. Wir sind akkreditiert für die Analysen Insights und Assess, wobei Insights beschreibt, wie jemand arbeitet und wie sich jemand verhält, aber auch gleichzeitig, warum er das tut, also mit welcher Motivation. Assess geht da etwas tiefer und beschreibt auch noch den Denkstil und den Beziehungsstil einer Person. Sie haben schon gesagt, wo Wiesmann da auch entsprechend helfen kann, wenn es eben um auch die Passung geht, um dieses perfekte Matching, von dem man ja auch spricht, zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. Ja, genau. Da können Sie helfen. Da können wir helfen, weil Matching, das ist so ein ganz großes Schlagwort heutzutage im Bereich des Recruiting. Wie finde ich den richtigen Mitarbeiter? Das bedeutet, wir müssen natürlich uns auf unsere Intuition, auf unsere Erfahrung, auch auf Interviewtechniken verlassen können, aber man braucht auch noch ein zusätzliches Tool, was man dann auch mehreren Bereichen im Unternehmen zur Verfügung stellt. Und das kann Insights und Assess auf jeden Fall bieten. Ein weiteres Stichwort ist ja auch das Stichwort die Eignungsdiagnostik. Worauf muss man dann da auch als suchendes Unternehmen dann achten? Bei der Eignungsdiagnostik ist wichtig, dass die Tools für jeden im Unternehmen verständlich sind. Also nicht nur für die Personalabteilung, wo es auch oft Psychologen gibt, die sich eben mit Analysen und Diagnostik beschäftigen, sondern natürlich auch für die Abteilungsleiter, also für die, die das Personal führen. So bietet die Eignungsdiagnostik wie Insights und Assess halt nicht nur die Möglichkeit, im Recruitingprozess ein Add-on zu sein, sondern auch künftig für Teambuilding-Maßnahmen, für Personalführung oder auch Personalentwicklung zur Verfügung zu stehen. Und das können wir auch bieten, dadurch, dass wir akkreditiert sind, dass wir in Recruitingprozessen auch unterstützen, die nicht jetzt über unsere Suche begleitet werden. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Was wird im Fachkräftemarketing in Zukunft die größte Herausforderung sein? Active Sourcing und Talentmanagement ist hier ein ganz großes Stichwort. Das heißt, welche Berufe wird es in der Zukunft noch geben und wie wird sich unsere Arbeitswelt 4.0, ein großes Stichwort, auch verändern? Das heißt, wie kann ich mir meine Talente heute schon sichern, die ich morgen brauche? Spannendes Thema auf jeden Fall. Nicolette Unkopf, ganz herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns in der Düsseldorfer Wirtschaft. Und wir machen weiter mit Meldungen aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Netzwerk sucht MINT-Agenten. Die Stiftung Pro Ausbildung baut zurzeit für die Landeshauptstadt Düsseldorf und für das Netzwerk MINT-Düsseldorf einen Expertenkreis auf, der in Grund- und Förderschulen kindgerechte Projekte durchführt. Und das in den Bereichen Handwerk, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dafür stellen die teilnehmenden Schulen diesen professionellen MINT-Agenten für ein ganzes Schuljahr pro Woche eine Doppelstunde zur Verfügung. Die Experten sprechen die Vorstellungs- und Erfahrungswelten der Kinder an, beteiligen diese an allen Prozessen der Arbeit und ermutigen die Kinder, ihrer Intuition zu vertrauen und eigene Themen und Ideen einzubringen und zu verfolgen. Die MINT-Agenten bieten einfache und niederschwellige Angebote aus den Bereichen Luft, Wasser, Strom, Magnete, Kraft, Reibung, Hebel und Handwerk an. Interessierte MINT-Menschen können sich auch direkt im Netz unter www.mindagenten.de bewerben. Verein Buddy e.V. heißt jetzt Education Y. Der Düsseldorfer Verein Buddy e.V. ist seit über zehn Jahren Anbieter von Bildungsprogrammen für Schulen. Und jetzt ist er auch in Kitas, Familien und an der Hochschule aktiv. Seit kurzem tritt der Verein als Social Profit Organisation auf und nennt sich Education Y. Bildung gemeinsam gestalten. Der neue Name soll von nun an für die innovativen Bildungskonzepte unserer Organisation stehen, die Kinder und Jugendliche für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts wappnen und besonders die 20 Prozent der Kinder stark machen, die unser Bildungssystem benachteiligt, sagt Roman R. Rüdiger, geschäftsführender Vorstand, über die Umbenennung. Der Vorstand des gemeinnützigen Vereins hatte Kooperationspartner und Förderer ins Düsseldorfer Metropolkino eingeladen, zur Deutschlandpremiere des Films Lernen im 21. Jahrhundert. Konjunkturmonitor 2017 gestartet. Die Unternehmerschaft Düsseldorf startet die Umfrage zum Konjunkturmonitor 2017. Die 1700 Mitgliedsunternehmen sollen sich in den nächsten Wochen zu den wirtschaftlichen Entwicklungen in den ersten sechs Monaten des neuen Jahres äußern. Abgefragt werden unter anderem die Gewinn- bzw. Verlusterwartungen, die Prognose für den Ausbildungs- und für den Arbeitsmarkt. In den vergangenen zwölf Jahren hatte der Monitor eine sehr hohe Trefferquote. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter www.konjunkturmonitor.de. Das Jahresende naht, liebe Zuschauer. Und damit dann auch die Gefahr, dass bestehende Forderungen verjähren. Auch in diesem Jahr werden am 31. Dezember bundesweit wieder Forderungen in Millionenhöhe verjähren, wenn sie nicht rechtzeitig geltend gemacht wurden. Und auch im Arbeitsleben müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf achten, dass ihre wechselseitigen Ansprüche eben nicht verfallen. Hierüber möchte ich mit Herrn Rechtsanwalt Alexander Jarre von der Düsseldorfer Unternehmerschaft sprechen. Herr Jarre, welche Verjährungsfristen gelten denn eigentlich im Arbeitsverhältnis? Ja, Herr Zähne, zunächst mal gilt im Arbeitsrecht nichts anderes als in anderen Rechtsgebieten. Das heißt, auch dort gilt die allgemeine dreijährige Verjährungsfrist. Wobei diese dreijährige Verjährungsfrist ja immer zu laufen beginnt, mit Ende des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Das heißt, die Ansprüche, die im Jahr 2013 entstanden sind, 14, 15, 16, verfallen eben am 31. Dezember diesen Jahres, wenn sie nicht bis dahin geltend gemacht worden sein sollten. Es kann aber auch sein, dass Ausschlussfristen gelten. Dann kann auch schon ein früherer Verfall eintreten. Sie sprechen die Ausschlussfristen an. Was hat es damit auf sich? Wann gelten die? Ja, im Arbeitsrecht ist es zulässig und man kann sogar sagen, üblich, dass in Arbeitsverträgen die Verjährungsfristen, die sich aus dem Gesetz ergeben, also die dreijährige Verjährungsfrist, sehr stark abgekürzt wird. Das kann zum Beispiel auch in einem Tarifvertrag geregelt werden, wenn er denn Anwendung findet auf das Arbeitsverhältnis. Und inwieweit kann diese Verjährung durch solche Ausschlussfristen dann tatsächlich auch abgekürzt werden? Ja, die kann eklatant abgekürzt werden. Also in einem Arbeitsvertrag kann beispielsweise in einer Klausel wirksam vereinbart werden, dass die Verjährungsfrist, die aus dem Gesetz sich ja eigentlich ergibt von drei Jahren, abgekürzt werden kann auf bis zu drei Monate. In einem Tarifvertrag wäre es sogar denkbar, dass eine noch kürzere Frist vereinbart wird. Das ist aber auch eher unüblich. Das heißt, wenn solche Ausschlussfristen gelten, ist Eile geboten. Man muss Ansprüche sehr schnell geltend machen. Und das gilt für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Wenn man nicht rechtzeitig die Geltendmachung durchführt, dann ist der Anspruch eben verfallen. Also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig wird aufgrund der Kürze der Zeit für den einen oder anderen. Sprich, die Frage, wenn eben solche Ausschlussfristen dann nicht eingehalten werden, sind dann auch ausnahmslos alle Ansprüche direkt verfallen? Zunächst mal ja. Also alle die herkömmlichen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die sind dann verfallen. Also nehmen wir mal Weihnachtsgeldzahlungen oder Jubiläumsgelder oder Zeitzuschläge, die beansprucht werden können. Wenn die nicht innerhalb dieser kurzen Ausschlussfristen geltend gemacht werden, dann sind sie eben verfallen. Es gibt wenige Ausnahmen, die nicht von solchen Ausschlussfristen erfasst werden. Das sind zum Beispiel so Schadensersatzansprüche aus strafbaren Handlungen oder der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn oder aus betrieblicher Altersversorgung die Ansprüche. Die verfallen auch erst nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen. Müssen denn bei der rechtzeitigen Geltendmachung von Ansprüchen auch bestimmte Formvorschriften beachtet werden? Ja, also es empfiehlt sich auf jeden Fall, dass Ansprüche immer schriftlich geltend gemacht werden. Man möchte das ja auch später dokumentieren können. Ich wahr, dass man die jeweilige Frist gewahrt hat. Manchmal gibt es auch in Tarifverträgen klare Vorgaben, dass Ansprüche schriftlich beispielsweise geltend gemacht werden müssen. Und wo man auch ein Auge drauf haben muss, ist, dass es teilweise sogenannte zweistufige Ausschlussfristen gibt, die also nicht nur besagen, dass innerhalb einer bestimmten Frist ein Anspruch geltend gemacht werden muss gegenüber dem Vertragspartner, sondern dass dann aufbauend darauf, wenn der Anspruch zurückgewiesen wird von der Gegenseite, auch noch innerhalb einer weiteren Frist eine Klage erhoben werden muss beim zuständigen Arbeitsgericht. Und wenn man diese Klage nicht rechtzeitig erhebt, dann ist eben der Anspruch auch verfallen. Viele Fristen, viele Punkte, die man in dem Zusammenhang auf jeden Fall beachten muss. Alexander Jarre, ganz herzlichen Dank für die Infos zu diesem Thema. Und das, liebe Zuschauer, war sie, die Düsseldorfer Wirtschaft, im Dezember. Wir wünschen Ihnen jetzt schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann im Januar wiedersehen zu einer neuen Ausgabe. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020